3 ich bin jetzt alles aufsammeln kommen noch mehr gegner ich bin bereit für euch über die steine klettern 3 nirgendwo sieht nicht so aus okay dann werde ich Adadin auswählen ich kann ja nichts anderes machen also werde ich jetzt Adadin auswählen und mit Adadin dann versuche Leute ist das schön kompliziert soll nämlich schon an Risen an Risen hier also wir gehen zu Adadins Wohnung bitte wenn ich diese denn finden sollte Lagerhof so schwer dürfte die eigentlich nicht zu finden sein Hauptstraße muss ja eigentlich irgendwo so ein Ding nach oben sein da komme ich nicht rein und Adins Haus so als wir hier noch auch speichern noch auf Gruppen und gehen Donald statt äh Schild den Adalyn statt Donauern äh glaub ich nicht das glaube ich nicht ich glaub nicht dass ich allerdings auch das wäre doof naja das ist ja nicht doof das wäre schwachsinnig hab ja auch nicht Tatsachen gebraucht ich komme erscheinen reicht kommen muss ja nicht äh ja ja gute Frage wie komme ich denn jetzt hier wieder dann toll du musst nicht kommen erscheinen rei Aua oder ich habe nichts mehr als jetzt los knack knack oh Gott Gott was war das gerade hier du musst nicht kommen verdammt das ist ja pervers das Spiel so alle die mann freund momentan woher geht's denn da wo sind wir denn hier hinterhof moment mal wo sie für den nun so hat er sagt er gelernt also wir waren anscheinend noch nicht oh Gott Leute ich pass gar nicht mal mein Leben auf okay wir sind an einem ja neuen Ort und da haben wir das Schlüsselloch was wir suchen glaube ich feurer Ring ja war klar dann gehen wir mal nach unten das bekommen wir von dem Lunas Splitter schön schön viel Geld Tala 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 und Ende da ist er noch ein blaues Triotech da aber du musst nicht aufgarten dieses Spiel an den Nachmittag so ein bisschen fertig Leute das Triotech können wir nicht einsetzen tolle Sache weil wir Donald ja nicht mehr haben supergeil supergeil Leute echt richtig geil so wenn es geht erst mal eben aus äh auf Abilities auf Sura der hat mich etwas Neues gelernt zu dem Brutale Tollent Ding hier Berserker genau Berserker steigert die in Aussicht guck jetzt die C übrigens alle roten sind ausgewählt das gelbe hier äh das nochmal normale hier noch nicht steigert in Aussicht in der Situation von der physischen Angriff sprunghaft okay ausrüsten Berserker danke okay jetzt müssen wir einen Weg finden zurück ins Aladins bescheidenes Haus weil vorher will ich nicht weiter Leute ich will erst das Triotech auslösen und dann will ich weiter ja also Aladin verpiss dich Donald komm her ja grob gesagt aber ja grob gesagt aber ist so so Aladin statt Donald bestätigen danke sehr speichern die Töten 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 so ich weiß nicht welche Stange ich gerade hochkommen bin deswegen glaube ich einfach mal irgendeine runter und hoffe es ist die richtige und das ist natürlich die Fall Yep Töten Ton Töte Rechnung und keine Gegner und das Klinge der Eger älter und das ist auch vor Ort ganz viel Geld so ist er auch 100 Prozent und das wird sich darauf vorgesehen 2.000 Zahler leute es geht hier ab okay dann gehen wir wieder zurück zur Hauptstraße und gucken mal wo das geöffnete Tor ist sich befindet um genau zu sein ich glaube das befindet sich irgendwo verzieht euch da ist es schon nein 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 scheiße schneller schneller keine Lust dass die beiden noch mehr Potts okay die haben beide keine Potts mehr aber trotzdem die sollen nicht sterben er habe ich gelesen wo es hingeht es geht irgendwo hin wahrscheinlich wieder eine Sequenz oder nicht oder doch oder nicht oder doch oder nicht Sequenz du steckst deine Ziele etwas zu hoch oder Junge zurück in dein Loch Ratte ich verbiete dir die Prinzessin noch länger zu belästigen Jasmin Jasmin es tut mir so leid Aladin Genie hilf Jasmin bitte noch ein Wunsch übrig du machst es mir wirklich sehr leicht tut mir leid Junge dein zweiter Wunsch wurde abgelehnt wieso ist Jakob Böse wieso ist Jakob Böse tut mir leid tut mir leid tut mir leid und jetzt lebt wohl ihr Ratten zum Angriff was ist das was da was ist das was ist das was ist das was ist das für Viecher aber die tun mir das ist ein Boss was das für ein Schocker was ist das für ein Schocker ok ich will jetzt erstmal mit der Taktik einfach drauf ich hab doch Leben gesagt oh oh godness cool Donald ist tot und das nachdem er auf geht mit dir du scheiß Vieh auch denn das schilder ja geile sache ich habe keinen Sinn